hallo und willkommen zu einer neuen folge super meat boy dark world edition mit mir dem nico hier auf stevio tv wir waren letztens hier beim letzten level glaube ich oder oder waren wir schon oder war ich schon bei der hölle aber ich war schon bei der hölle ok wir sind schon bei der hölle genau ich habe gar nicht mal in die dark world geschaut fällt mir ein aber doch wir waren schon hier gut gut dann geht es weiter mit dem level ich habe keine ahnung mehr was es war auch ich glaube das habe ich gar nicht gespielt mehr es schon wieder so lang her oh scheiße scheiße scheißen kleister so okay scheiße na super das läuft doch schon mal gut so gut 9 hoch gut jetzt bin ich gerade nur am überlegen ah okay hepp hepp äh fuck da muss die nicht mehr hier rüber kommen da war ich mir zu unsicher sehe ich etwa für dich unten sicher aus so so dann rüber ganz easy jetzt ist die frage wie komme ich hier rüber wie so ganz einfach zack erstes level für diese folge geschafft oh oh gott die gehen komplett runter also ich muss hier oh jetzt na i got it hepp hepp puh oh nice nico cool in zwei versuchen oder drei oh nein da wenn ich es jetzt schaffe dann komme ich ins glitch level yippie oh gott okay doch nicht gott sei dank weil ich will noch nicht ins glitch level oh scheiße zu weit links ok warten hüpp zu spät zu weit links na komm schon komm schon ah fuck ich komme nicht immer gleich in das loch rein ach nein oh gott oh lol hey wollte ich hingehen muss komm schon geh in das loch so und hoch so jetzt oh gott ich habe nicht gesehen dass das loch da so groß war ach so und jetzt muss ich dasselbe nochmal mit dem runterfallen machen ach gott ach gott ach gottchen so ach komm schon wieso müssen die da lava hingebaut haben und sägeblätter eins von beiden hätten sie weg machen können so diesmal falle ich nicht gleich rein scheiße war ich zu langsam da war ich zu schnell da war ich zu langsam ihr könnt es auch mal zur abwechslung mal wieder schaffen so los nein da war die lava scheiße und da war tot oh ne dafür habe ich es eigentlich schon geschafft gehabt so ungefähr ich habe nur noch nach unten müssen gerade im moment ist ja steam summer sale yippie juhu kann man wieder kohle ausgeben für spiele und ja super meatboy war letztens auch und so gibt wieder viel kohle zum ausgeben kam schon so damn you ach komm schon zu 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 spät ah lass mich doch in dieses loch rein that's what she said das war zu früh viel zu früh jetzt komme ich nicht mal in das loch da rein jetzt so scheiße habe ich noch mal kurz gewartet aber ich glaube ich hätte noch straight reinrennen müssen straight die musik ist aber gut die macht das ganze ein bisschen erträglicher jetzt nur einmal in diese lava säule da rein springen so schon wieder zu früh ah komm so das gibt's nicht nein nein ah fuck so oh gott geht er wieder hoch es war schon wieder viel zu früh ach du heilige scheiße so jetzt aber Ja Oh Ganz vorsichtig Nice Na gut Dann Habe ich wieder Moment Drei Level geschafft oder Mit dem habe ich angefangen Ja Tatsächlich Und dann war es das für diese Folge Und ich sage bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Und tschüss